Das Universitätshauptgebäude steht symbolisch für Eduard Rosenthal's mehr als 40-jährige Verbundenheit zur Jenaer Universität. 1880 beginnt er erste Vorlesungen an der Juristischen Fakultät zu halten. Als junger Dozent erlangt er bei Studierenden und Kollegen rasch fachliche Anerkennung und menschliche Wertschätzung. 15 Jahre lang arbeitet Rosenthal als Privatdozent und außerordentlicher Professor. Als der Lehrstuhl für öffentliches Recht frei wird, schlägt ihn die Juristische Fakultät für die Stelle vor. Seine Vorlesungen werden gerne gehört. Seine auf umfassenden Studien beruhenden Werke haben als hervorragend tüchtige Leistungen allseitige Anerkennung gefunden. Auch über den Kreis der Universität hinaus hat sich Rosenthal als bewährter Charakter vollstes Vertrauen erworben. Seinen Eintritt in die Fakultät und in den Senat würden wir mit Freuden begrüßen. Als ordentlicher Professor für Rechtswissenschaft, Staats-, Verwaltungs-, Völkerrecht- und Rechtsgeschichte gibt Rosenthal neue Impulse für sein Fach, so etwa im Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht. Auch auf politischer Ebene ist er aktiv und erhält im Jahr 1920 den Auftrag, die Verfassung des neu gegründeten Landes Thüringen zu erarbeiten. 1899-1900 wirkt Rosenthal für ein Semester und 1913-1914 für ein Jahr, wie damals üblich, als Rektor der Universität. 1926 stirbt Eduard Rosenthal, hochgeachtet und allseits geschätzt. Als Zeichen der Würdigung gibt das Rektorat 1929 bei dem Maler Raphael Schuster-Woldan sein Bildnis für die Gemäldesammlung der Universität in Auftrag. Es findet seinen Platz im Zimmer des Rektors. Doch schon fünf Jahre später wird es ins Depot verbannt. Den Nationalsozialisten ist das Bildnis des Demokraten und Juden ein Dorn im Auge. Als der Maler 1943 den Rahmen zurückverlangt, antwortet der nun amtierende Rektor, der Rasseideologe Karl Astel, das Bild selbst möchte ich als eines der Dokumente dafür behalten, dass auch der Lehrkörper der Universität sich jüdische Rektoren hatte gefallen lassen. Seither ist das Porträt Eduard Rosenthal's nicht mehr auffindbar. Untertitelung des ZDF, 2020